hallo und herzlich willkommen jetzt mittlerweile auch schon zur dritten folge also zur dritten episode meine ich minecraft story mode ist jetzt glaube ich die 18. folge keine ahnung irgendwie sowas auf jeden fall spielen wir jetzt die dritte episode und ich bin positiv überrascht dass das wirklich weiterhin so ja alles so schnell nacheinander kommt und dass ich ja das alles so durchgehend raushauen kann sag ich mal das finde ich schon echt cool ich hoffe mal dass das so weitergehen wird weil dann können wir nämlich erst mal minecraft story mode fertig spielen und danach dann suchen uns neues projekt so aber jetzt erstmal spielen mal gucken was kommt denn auf uns zu am allerletzten ort warum ist das eigentlich so leise das kommt mir irgendwie ganz schön leise vor warte mal guck mal da ein ne 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 und so ok keine ahnung ok so laut wie vorher dann bin ich einfach nur blöd daran könnte es auch liegen wenn mich nicht alles täuscht so ok aber wir spielen jetzt auf jeden fall die dritte episode am allerletzten ort und ich würde sagen start episode 3 es ist gesagt dass within every loss every challenge Lucas und every failure there is a gift wenn revered heroes are lost we find new ones in our friends when faced with a mind bending problem we find a way to rise to the occasion and when our band of unlikely adventurers are tasked with saving the world from the storm storm they will bring together the bravest and the brightest to stop it but finding the last and most elusive member of the order of the stone and his legendary formidabomb would prove their most perilous mission yet for some would rather our heroes story end here shutting the door on their adventure forever shutting the door on their adventure forever Jo, ok. BAMS, rennen die voll vor die Wand. Ach ne, die sind ja langsam. Die haben jetzt ja voll die krassen Reflexe. So höchstwahrscheinlich. So höchstwahrscheinlich. So höchstwahrscheinlich. Ja, vollidiot. Ähm. Ach, du gelaufen. Ja. Ich kann trotzdem nicht herausfinden, wie Ivor die Tür öffnet. Vielleicht sollten wir mehr auf die Tür öffnen. Das ist das, was ich gesagt habe. Leute, sicher. Du siehst nicht so gut. Danke, Mann. Ich habe das nicht gedacht. Ich weiß. Ich finde es besser, wenn die das wissen würden. Ja, es ist. Wir sind ein Team. Und sie müssen alle wissen. Vielleicht. Schau, ich erzähle ihnen. Endlich. Du musst. Es wird nur Panik, und wir können das jetzt nicht schaffen. Wenn es mehr als etwas kommt, ich erzähle ihnen. Wenn die auf einmal weg ist und die anderen nicht darauf vorbereitet sind. Fände ich nicht so geil. Hey Leute, ich habe eine Idee. Okay. Ja, dann lass mal hören. Magnus, hilf! Ja, okay. Aber ich habe eine andere Idee. Ist das die Eligarde kallt? Nicht mehr. Oh mein Gott. Aber sie kommen nicht zurück. Wir haben keine Idee, wo sie sind. Mh. Mh. No need for desperation. As long as we have this. Flint and steel? I don't get it. It's not. That's not what I meant to pull out. Hold on. Oh, this. Mit dem Feuerzeug könnten wir auch einfach die Bücherregale anzünden. Oh Gott. Oh Gott. Soren! Find ihn, Jesse. Vielleicht kann er uns helfen. Ich dachte schon, die machen das kaputt. Wäre jetzt nicht so geil gewesen. Ähm. Okay. Eine Sekunde. Ich muss mal kurz was gucken. Okay. Nicht, dass ich hier jetzt noch faile. So. Äh. Folgend leuchten. Laufen wir doch einfach mal hier lang. Wo soll ich denn wissen, wo es leuchtet? Ach, da wo es stärker wird, oder wie? Oh, jetzt hat es aufgehört. Okay, dann müssen wir irgendwo hier in die Richtung. Okay, noch da. Kann ich da irgendwie lang? Da so? Moment, ist da ein Gang? Da hinten? Oder kann ich hier hoch? Ja, was ist das denn? Hier kann man noch nirgends so lange. Oder ist hier oben irgendetwas? Wacht. Wacht, warte, 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 warte ma. Okay. Was das hier? Warte, warte mal. Okay. Warte mal. Okay. Wie weiß, wie weit das durch und leicht geht. Wir laufen können damit hoch, bis wir die Heimlichung Vamos nach oben hoch. Leute, sind wir nicht wirklich für das bereit space. Eine andere eine bessere Planung? Jessi spricht mit dir, Lucas. Oh, krasser Scheiß. Also das nenne ich mal schnelles Klagen. Aber wenigstens macht das intelligent und greift nicht einfach so nach unten. Nicht, dass er auf einmal in Lava fällt oder so. Woher wissen die denn eigentlich, dass sie nach unten müssen? Hätte doch genauso gut sein können, dass die durch die Wand müssen. Oder nach oben oder so. Oh Gott, jetzt springt er da runter. Ach du Kacke. Ne, das lasse ich garantiert nicht runterfallen. Wir springen da jetzt runter. Als ob ich das einfach so runterfallen lasse. Sieht ziemlich gut. Äh, es ist schmerz, aber außer dem anderen sind wir okay. Mh... Oh mein Gott. Fledermäuse. So, wo Angst einfüßen. Das sind bestimmt alles Vampire. Garantiert. Die kommen dann ein und ein. Und dann sind alle weg. Kaputt und so. Ha 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 ha. Achsel. Oh mein Gott. Ha ha ha. Everyone okay? I just slipped. What's that smell? Just breathe through your mouth. Axel already does that. Hey. Ha ha. Let's get out of here. Ich denke da ist der Spot. Ich dachte die müssen da nach unten. Ich denke nicht. Ja okay, so ein bisschen unlogisch ist das. Weil wenn die schon da dran waren, dann wird das jetzt nicht andauernd weiter leuchten und so. Aber, ist egal. Ich lass die das einfach mal machen. Die haben sich dabei bestimmt schon irgendwas gedacht. Hä, was ist denn da? Ähm. Okay. Geiler Scheiß. Oh, da unten ist ein Endportal. Oder so. Weil wir haben ja in der Vorschau gesehen, dass wir wahrscheinlich ins Ende kommen. Wir müssen hier rauskommen. Was? Wir müssen hier rauskommen. Wir haben einfach hier rausgekommen. Du verstehst nicht. Das ist ein Grinder. Oh.